Ich brauche also nur das Lied. Wer weiß das schon? Bisher hat noch niemand Dürgans Batterie geöffnet. Gavino hebt die Hände mit den Handflächen nach oben. Aber die Gruppe, die vor dir kam, ich glaube, sie war kurz davor. Vielleicht solltest du sie suchen und sehen, was sie herausgefunden haben. Wo finde ich die Gruppe? Ich habe sie nicht gesehen, seit sie vor einigen Wochen das erste Mal zu mir kamen. Aber ich habe gehört, dass sie sich mit einer Ogermatronin angelegt haben. Savon verzieht sich zu einem trockenen Grinsen. Ja, ich kann nur sagen, dass ich jetzt Tageboden eine Kacheln gefunden habe. Höchst interessant, er richtet seinen Bild zurecht und betrachtet die Kacheln. Sie haben viele Tage an der Batteriebeirat. Sie haben viele Tage an der Tür zum Batterie verbracht. Das hier sieht aus, als hätte es einmal dorthin gehört. Er klopft auf die Kachel. Danke für deine Hilfe. Er wisch den Gedanken mit der Hand bei Seite. Es ist eine Freude, ausnahmsweise einmal einen so höflichen Gast zu haben. Ein Jammer, dass du dir die Stiefel in Stalwart spitzig machen musst. Ich gehe mit dir. Die Golem-Frau blickt zwischen euch hin und her. Ihr Hals dreht sich auf einem geölten Gelenk. Du, nach Stalwart gehen. Ist das wieder ein makaberer Sinn für Humor? Dein makaberer Sinn für Humor? Oder ist in deinem hübschen Kopf, den ich dir gefertigt habe, etwas eingerostet? Garvino starrt sie verblüfft an. So lange ich bei ihr bin, wird mich niemand belästigen. Außerdem kann ich ihr helfen, in Stalwart Leute zu finden. Das polierte Gesicht der Golem-Frau ist auf unheimliche Weise teilnahmslos. Du, du warst seit 13 Jahren nicht in Stalwart und diese Wächterin sieht Seelen. Was könntest du schon für eine Hilfe sein? Außerdem brauche ich dich hier. Den kümmerlichen Rest deines bösen Lebens schuldest du mir. Errunzelt die Stirn und tippt sich mit einem kurven Finger auf die Brust. Die Golem-Frau sagt nichts, aber ihre Essenz kocht. Abscheu steigt den heißen Wellen von ihr auf. Sie näht ihren Kopf, um dich anzusehen. Was hat es mit euch beiden auf sich? Galvino lacht hustend und keuchend. Dieser bezaubernde Exemplar ist eine verurteilte Mörderin. Die Teufelin von Karok wird sie genannt. Wirklich nett von dir mit meinen guten Eigenschaften anzufangen und du wunderst dich, warum wir so selten Besuch bekommen. Sie hat über ein Dutzend Leute getötet, bevor sie sie schließlich in Stalwart gefasst haben. Die perfekte Gesellschaft für einsame Lager und Gebirgspässe, was? Er stößt dir mit dem Ellenbogen in die Rippen und grießt dabei in Richtung der reglosen Golem-Frau. Hey, ich weiß, wie mein Lagerfeuer entfacht. The only reason she is not a frozen corpse is because I convinced the old mayor to let me try an experiment. Es gibt nur einen Grund, warum sie noch keine gefrorene Leiche ist. Ich habe den alten Bürgermeister überzeugt, mich ein Experiment durchführen zu lassen. Ein Schatten huscht über sein Gesicht. Du hast die Seele einer Person in einen metallen Körper verpflanzt? Warum hast du sie gebaut? Warum nimmt man sie, die Teufelin von Karok? Hast du keine Angst, dass sie dich ermordet? Warum hast du sie gebaut? Warum baut man eine Festung oder ein Dorf oder überhaupt nicht was? Um etwas zu schaffen, das Bestand hat, dass ein Angewieter des Seufzens rasselt in seiner Kehle. Es war in den frühen Tagen des Vermächtnisses. Meine Kollegen in den Schulen der Besehnung füllten die hohlgeborenen mit den Seen von Tieren. Er hält in und kratzt sich am Kinn. Du hast recht, im Vergleich klingt das vollkommen geistig gesund. Er verträgt die Augen. Ich dachte, es gäbe einen besseren Weg. Er schweigt mehrere Sekunden lang. Sein Blick wird geistesabwesend. Mit einer bequem Stell in der Akademie in Selona vergisst du den Teil nicht. Er bliebt sie mit zusammengekniffenen Augen zornig an. Du hast die Seele einer Person in einen mentalen Körper verpflanzt? Er lehnt sich zurück und hebt die Hände. In ein Kunstwerk sieht er, dass er an Handwerkskunst, die einem Juwelier würdig wäre. Er streicht über die filigranen Verzierungen am Kinn der Golem. Vollbewegungsfähige Glieder. Sie kann einen Stift halten und ihren eigenen Namen schreiben. Er greift ihre Hand und beugt ihre Finger. Und eine Kehle zu drücken. Sie reißt die Hand zurück. Zeig mir einen anderen Schmied irgendwo im Dürrwald, der zu solch filigraner Präzision fähig ist. Sie ist ein Meisterwerk. Gavino tritt einen Schritt zurück und blickt sie länger an. Warum nennt man sie die Teuflin von Karok? Sie hat ihr erstes Verbrechen in dem Dorf Karok begangen. Eine ganze Familie hat sie in ihrem Haus verbrannt. Er zog mit den Schultern. Er hat das gleiche Sache in einem halben Dutzend andere Dörfer das gleiche getan hat. Blieb der Name hängen. Dein Experiment kam beim Rest des Dorfes wohl nicht so gut an. Ah, hier geht's. Geht das schon wieder los? Sie rollt die Augen in ihren Augenhöhlen rattern. Sie werden sie auch nicht stöhnen. Warum nicht sie nicht zu einem nützlichen Zweck verwendet werden? Seine Lippen ziehen sich von gelben Zähnen zurück. Mein Lebensziel. Den nützlichen Zweck von irgendjemandem... Den nützlichen Zweck von irgendjemandem dienen. Ich habe mich am Bürgermeister Zinehot gewandt und ihn angebettelt. Er erkannte das Potenzial und gestattete mir das Privileg, mein kleines Experiment durchzuführen. Er verzieht verächtigt das Gesicht, ob dieser schmachvollen Formulierung. Seine Schultern sind gebeugt, seine Zähne geflischt. Ich habe erreicht, was wenige Heine-Manserinnen sogar noch träumt haben. Kein akademischer Unterstützung. Kein Patron. Nur ich, im Mittwoch von nichts. Dann gelang mir, wovon nur wenige Beseeler überhaupt niemals geträumt hatten. Oh, jetzt hast du sie alle in den Pfad gebracht. Ich habe eine völlig intakte Seele von einem lebenden Subjekt auf einen künstlich hergestellten Körper übertragen. Sie hat ihre Persönlichkeit beibehalten, ihre Erinnerungen, alles. Er schaue mit einer Hand, die mit dicken Adern überzogen ist, in der Luft herum. Aber die Dorfbewohner haben nur eine gestohle Leiche gesehen. Er wirft die Hände in die Luft. Hast du keine Angst, dass sie dich ermordet? Garvino zuckt mit den Schultern. Sie ist vielleicht verrückt, aber sie ist nicht dumm. Alleine würde sie nicht lange überleben. Wenn die Dorfbewohner sie nicht jagen würden, würden die Elemente sie zugrunde richten. Ihre Erinnerungen müssen gewartet werden, und das kann sie nicht alleine tun. Siehste, er erinnert mich daran, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. Mehr wollte ich nicht wissen. Sie ist ein gutes Subjekt, trotz ihrer Persönlichkeit. Er lässt seine Hände kreisförmlich in der Luft wedeln. Die Golem-Frau sagt nichts, aber ihre Essenz kocht. Der Abscheu steigt in heißen Wellen von ihr auf. Sie dreht ihren Kopf, um dich anzuschauen. Ja, sie ist der letzte Charakter, den wir anheuern können in White March. Als neuen Companion. Deswegen tun wir das einfach auch mal. Quae? Nein, nein, nein. Du hast ja keine Ahnung, was du da verlangst. Er schüttelt den Kopf und fing mit den Händen ab. Diese Frau, der Geist von Karak. Sie war ein notorious Mörderer. Sie verbringte Menschen all over the region. Diese Frau, die Täuftin von Karak, war eine berüchtigte Mörderin. Sie hat die beiden der Region unzählige Leute, bei denen Betty bleibt verbrannt. Außerdem arbeitet sie für mich. Schließlich war ich es, der sie konserviert hat. Er richtet sich auf und mustert dich von oben bis unten. Lass sie mich durch die Stadt führen. Das wird dir den Dorfbewohnerverbot kochen lassen. Das würde dir doch gefallen, oder nicht? Ich bezahle den. Hör mal, Amika, wenn du so darauf vers... Also ich wollte nicht das Erste nehmen, weil das klingt für einen Paladin zu gemein. Also allein das auszusprechen. Wir müssen es ja nicht machen. Hör mal, Amika, wenn du so darauf versessen bist, mit dir zu reisen, halte ich dich nicht auf. Aber gehen wir einen gerechten Tauschhandel ein, ja? Ja, für Wurder Kupapad für sie ist abgemacht. Dann wäre es die Kavino 2. Ein guter Preis für den Handlanger eines Schmiedes. Ich sollte mich geschmeichelt fühlen. Ja, lassen wir sie erstmal in der Reserve. Und schon haben wir eine Abmachung. Ihr grinst dich satonisch an. Wahrscheinlich sadistisch. Ein Moment. Du gehst zurück nach Stalwart, ja? Vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun. Einen Augenblick. Du gehst doch zurück nach Stalwart, nicht wahr? Vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun. Wie du blickst dich nach, blickst dich an. Was für einen Gefallen? Er verschränkt seinen Finger. Es gibt im Dorf einem Mann namens Grinde, den Oberfischer. Der Rest von Stalwart küsst seine Füße, weil er ihre stinkenden Bläden mit Specklebacken füllt. Aber ich weiß, dass er nicht so virtuell ist, wie er sich sieht. Ganz Stalwart küsst ihm die Füße, weil er ihre stinkenden Teller mit Fleckenrückenbarschen füllt. Aber ich weiß, dass es nicht so tugendhaft ist, wie er scheint. Halbtüchische Freude strahlt in seinem feitigen Gesicht. So far scheiße, seine Vorgeschichte mitgründet zu haben. Dieser selbstgerichte Mistkerl hat meinen Rauswurf aus dem Dorf eingefädelt. Er hat sie alle gegen mich aufgewiegelt. Nun soll er selbst den Zorn dieser weichbindigen Dummköpfe spüren. Was genau soll ich mit ihm tun? Im Bloßstellen natürlich. Seine Nachbarn zeigen, was er wirklich hier ist und ihn mit Schande leben lassen. Er deutlich wagt in Richtung des Dorfes, sein dünner Arm zittert. Er ist schon immer süchtig nach Jesus schwamm, nur weil er es gut zu verstecken, seit seine heilige Schwester gestorben ist und allein für die Fischerei verantwortlich ist. Aber er versteckt in der Fischerei seinen Vorrat, schleicht sie nachts hinein, wenn die anderen nach Hause gegangen sind und kommt dann ein paar Stunden später Dösig und mit roten Augen wieder hinaus. Ich will, dass du ihm bloßstellst, geh nach einem Bruch der Dunkelheit in die Fischerei, wenn sie leer ist. Finde seinen Rieseschwamm und zeige ihn, Renin gilt. Er hält eine Hand hoch. Antworte mir ja nicht jetzt sofort, aber wenn du in diesen Schandfleck vom Dorf zurückkehrst und den Fischgestang in der Luft riechst, dann denk an meine Worte, er grinst. Außerdem hast du doch Spaß an guten Streichen, oder? Die Verus-Heser hier wird ein großes Vergnügen werden. Aber du musst nachts in die Fischerei gehen, wenn sie leer ist. Wenn sie dich tagsüber beim Stehen erwischen, machen sie dir die Hölle, Eis. Sag mir noch einmal, wie man jemanden erweckt. Du bist die Wächterin, also weißt du es wohl besser als irgendjemand sonst, die Verus. Du musst einen Seelen nachfahren von einem der Zwerge aus der ganzen Batterie finden. Sprich mit den Dortbewohnern, blick in ihre Seelen, was du soeben tust. Erwählen bitte Hand in der Luft herum. Wenn du so jemanden findest, erinnere die schlafende Seele an ihren alten Namen. Erweck sie auf diese Weise und sie kann dich das Lied lehren. Was war das für Konstrukte, die ich in deiner Werkstatt gesehen habe? Andere Projekte, sie gehen dich nichts an. Er winkt ab und blickt schnell weg.